Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play um sie 2 auf einer, naja nicht funkneuen, aber überarbeiteten Karte. Herzlich willkommen auf Krummenab 2019, 2020, aktuell heißt es noch 2019 mit dem Subtitel City Intercity Shuttle und ja, danke an Tempo1-Felix-Lukas, dass ich die Karte mal wieder vorgeleased zeigen darf, das war ja auch schon bei der Straßenbahnkarte so, fand ich super. Ja, wir fahren jetzt ein bisschen durch Tschechien auf dieser Karte mit dem MANNG-Nichtgelenkbus in der, ich hoffe, richtigen Lackierung. Oh, jetzt ruckelt das Spiel wieder interessanterweise, gerade eben hat es nicht geruckelt. Komisch. Jetzt ruckelt er auf einmal wieder. Jetzt macht er wieder nicht das, was ich will. Wenn, dann muss ich das Spiel gleich nochmal neu starten. Ich gebe ihm jetzt, oh ne, das sieht schon nicht gut aus. Gut, das heißt, wir gehen in die erste Runde Neustart jetzt schon. Das kann aber am Spiel liegen. Ich bin gleich wieder da. So, bevor jetzt noch mehr kaputt geht, fange ich an. Keine Ahnung, was mit Omsi heute wieder los ist. Wir fahren die Kismow. Strom ist an. Ich habe jetzt gerade eben gesehen, das ist Linie 6. Das ist ja noch ein richtiges I bis hier. Das ist falsch. Wir fahren in die andere Richtung. Wir fahren nach Maria Loreto. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. So, Licht an. Das funktioniert jetzt auf jeden Fall schon direkt. Da bin ich ein bisschen froh. Oh, die Haltestellenstiller sind cool. So, ähm, Motor? Ich wollte ja eigentlich mit einem Manuellwagen fahren, aber man wollte mich ja nicht damit fahren lassen. Man wollte mich ja mit dem richtigen Bus fahren lassen. Das machen wir vielleicht am nächsten Mal. So. Oh, die Bremse klebt noch. Oh. So. Sehr schön. Tür auf. Einsteigen, bitte. Guten Abend. Gerne, bitte schön. Hallo. Oh nein, das ist der Eurozahltisch. Er kann mir das Geld hier nicht hinlegen. Ja, super. Ich schalte schon mal einen Fahrkartenverkauf aus. So ein Dreck. Na gut, ist jetzt erst mal so. Okay. Gut. Ist so. Können wir nichts dran machen. Müssen wir mal gucken, ob ich gleich nochmal... Jetzt fängt es schon wieder an zu ruckeln. Interessant. Vielleicht ruckelt es deswegen. Ich weiß es nicht. Ähm. Jetzt klemmt auch die Taste hier. Was ist denn los heute? Irgendwas läuft hier immer auf. Ich weiß auch nicht, was los ist. Ähm. Ja, eine Sekunde. So. Versuchen wir es nochmal, das Ganze. Einsteigen, bitte. Fahrkartenverkauf ist jetzt aus. Guten Abend. Guten Tag. So. Zu die Karre. Und Abfahrt ist. Ich weh gerade auf, dass ich die Dingens wieder anmachen muss. So. Jetzt sind wir unterwegs hier. Ich werde durch die Region gucken. Bäh. Ganz schön ungepflegt hier. Das Straßennetz. So. Da ist jetzt noch die Dingens hier wieder richtig. Da jetzt. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Frag mich nicht. Äh. Deswegen versuche ich es auch gar nicht erst. Sonst beleidige wieder irgendwelche Leute auf einer Fremdensprache, die ich eh nicht verstehe. Da ist es auch schon. Upsala. Boah. Die Bremse ist so empfindlich von dem Ding. Boah. Hab ich doch gesagt. Sorry. Sorry. Kann passieren. Die Bremse mal wieder festtreten soll ich jetzt. Oh. Ich bin auch fünf Minuten zu früh. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Uhr 15. Zick. Noch eine rein. Nein. Bye. Sehr schön. Und weg zum Zimmer. Upsala. Oh. Ich mag das ja total, wenn so Straßen schäden und Oh. Es ist gut. Es ist schön gemacht hier. Oh. Sehen wir mal. Ich habe hier runter. Holy shit. Das ist ganz schön böse hier. Holy moly. So. Guck mal. Achso. Ja. Da kann ich leider nicht rumsehen. Ja. Soll ich reinfahren oder was? Oh fuck. So kannst du die jetzt sehen. Fuck. Okay. Da komme ich nicht drum herum. Scheiße. Drei Minuten. Das geht ja. Drei Minuten kriege ich wieder raus. Das schaffe ich. So. Jetzt vorhin gleich kann der Verkehr hinter mir endlich mal ablaufen. Tür zu und Abfahrt. Was ist jetzt passiert? Ist hier etwa... Oh oh. Hier ist ein unsichtbares Objekt im Weg. Ja, super. Hey, Jungs. Ihr habt hier ein unsichtbares Objekt im Weg. Keine Ahnung, was es war. Gucken wir mal, ob es jetzt weg ist. Scheinbar. Gut. Da steckt ja irgendwas. Keine Ahnung. Müsst mal gucken. Scheiße. Ja, kann passieren. Äh. So, jetzt stimmt auch die Anzeige wieder. Da stimmt sie auch. Sehr schön. Das finde ich wieder gut. Ich mag das auch total gerne. Oh Gottchen. Das ist ein bisschen, äh... La Rustical hier, ne? Ein bisschen rusticaler als sonst. Wo ist die Haltestelle eigentlich? Ich habe... Hier war sie gerade beim Hochfahren, aber ich habe sie hier noch nicht gesehen. Stehenbleiben. Und ich glaube, hier ist noch ein Fehler in der Straße. Ich habe gesehen, wie das Auto verschwunden ist. Wie gesagt, es ist noch... Oh, da ist er wieder. Es ist noch Beta. Können noch ein paar Fehler drin sein. Da hinten ist eine Haltestelle. Hatte der Karren eigentlich eine Absenkautomatik oder nicht? Guten Tag. Hat er. Hallo. Hallo. Sehr schön. Ein bisschen Technik mal hier, ne? Ja. Ja. Aber er bockt jetzt nicht von alleine hoch, ne? Nee. Jetzt, ey. Ich muss ihn leider hochbocken. Naja, ist jetzt okay. So, Linie se... Ja, ja, ja. Linie 6 nach links. Sie sind da hinten schon. Ja, okay. Habe ich jetzt nur einen Kurzläufer genommen, oder? Okay. Ist die wirklich nur so kurz? Warte mal. Jetzt muss ich aber nochmal nachgucken. Es kann sein, dass ich nur einen Kurzläufer genommen habe. Äh, Tschechien. Nein, Tatsache. Ist nur so eine kurze Linie. Ja, gut. Ja, Tatsache. Ja, gut. Ist jetzt nicht schlimm. Also war schön gemacht. Gut, dann machen wir jetzt einfach folgendes. Gehen wir noch in die Stadt rein. Ich weiß gar nicht, ob ich es zeigen darf. Schauen wir gerade nach. Nicht, dass... Nicht, dass... Ich habe hier noch die ganze Interaktion offen. Nicht, dass ich hier, äh... Sachen zeige, die ich noch nicht zeigen darf. Aber, ähm... Ich glaube schon. Ich glaube, der, ähm... Äh, der... Jaja, hat schon die Intercity-Linie gezeigt oder so. Ähm... Genau, der ist Intercity. Weißt du was? Was machen wir? Intercity. Ja, wir machen jetzt auch die Intercity-Linie. So. Äh... Reißerdorf. Fahr mal mit dem Bus. Reißerdorf. Krummenab. Ne, ist gar nicht Krummenab. Wo ist das denn hier? Hauptbahnhof sehe ich. Dann fahren wir von Hauptbahnhof. Ist mir auch egal. Jetzt komme ich aber nochmal nach. Intercity-Linie. Hauptbahnhof. Gut. Hauptbahnhof. Zack. Und los geht's. Fahren wir jetzt einfach mal mit dem tschetschen Bus hier durch die Innenstadt. Schön Euro 2. Weh, ihr schreibt mich jetzt an, dass das irgendwie ein Euro 3 ist oder so. Das war ein Witz, Mann. So. Intercity-Linie von... Ähm... Äh, nee, nicht Reißerdorf, sondern von Hauptbahnhof. Das ist die I-51. Ich habe keine Ahnung, wie man das schildert. Ähm, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Linie 05100. Route 01. Das funktioniert auch direkt. Wunderschön. Muss ich halt nur gucken, wo die Kiste wegfährt. Das weiß ich nämlich nicht. Pausenplatz. I-51. I-51 hält hier gut. Da weiß ich Bescheid, wo ich hin muss. Sehr schön. Los geht's. So. Ach so, hier muss ich hin. Ja. Ja. Einsteigen, bitte. An dessen stelle ich schon mal die Uhr vor. Wir müssen ja erst um 51 hier sein. Oh, er hatte schon den nächsten genommen. Jetzt muss ich mich ein wenig sputen. Dim, dim. Freiheitsplatz. Das sind noch gar keine Ansagen, ja? Ich denke, ich habe ja noch ein paar Ansagen klöbeln müssen hier. Sagen, die sind unterwegs. Ich weiß es nicht. Ich fahre super als Maul. Ich muss mal gerade gucken. Hier sieht man nämlich nichts. Ey. Fahr. Meine Fresse. Und los geht's. Sehr schön. So, Freiheitsplatz. Eine Minute acht. Schon zu spät. Scheiße. 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 Ja. Ja. Komm. Fahr. Was schleicht die denn alle mit 30 hier durch? Ich war auch noch richtig schön für Kundenkomfort. War schön im Spontangas. Fuck. Ich bin jetzt volle Möhre den Lampenpfosten da mitgenommen. Hallo. Kann passieren. Sheet happens. Sheet happens. Ich weiß gar nicht. Wir sind ja jetzt Intercity Express. Ich weiß gar nicht, wie oft wir halten. Momentan überall. Ich weiß nicht, ob sich das ändert. Uah. So. Keiner. Gut. Dann nicht. Fahrt weiter. Düm, düm. Weinpromenade. Wenn man hier sagen würde. Weinpromme. So. Komm. Fahr. Komm Ampel. Das hasse ich ja in Omsi. Stundenlang ist am Ampel rumgestehe. Na jetzt. Komm. Fahr. Oh. Rechts antäuschen. Links abbiegen. Ist auch eine schöne Taktik. Uah. Die. Sehr schön. Einsteigen. Bitte. So. Weiter geht's. Dum-dum. Freyung. Klingt irgendwie niederländisch. Freyung. Van der Waal. Ich muss aufhören, ich darf nix über die Niederlande sagen. Ich muss bald wieder zu den zu Ikea. Nicht, dass sie mich nicht ins Land lassen. Entschuldigung. Sorry. I'm walking on sunshine. Läuft die mir einfach über das Dach, ey. Blöde Kuh. Gibt's ja gar nicht. So, Tür zu. Ab geht's. Freifahrt. Dum-dum. Abzweig. Mooslohe. Oder Mooslohe. Keine Ahnung. Warum macht man da zwei Ohren rein? Stimmt, Moos wird mir zwei Ohren bestimmen. Ja, ich bin ruhig. Ich bin Deutschleger-Szeniker. Ich spreche zwei Fremdsprachen. Englisch und Deutsch. Aber. Boah. Was haben wir getan? Ja, wir haben Reifen. Ja, wir haben Reifen. Ja, ja, ja. Ähm. Ich glaube, ich habe ein Problem. Scheiße. Wir gucken mal, wie es in der nächsten Folge weitergeht. So ein Dreck. Wer stellt das Ding denn da hin? Damn you, Tempo. Damn you. Naja. Ich gucke mal, dass ich in der nächsten Folge rauskomme. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.